So Leute, jetzt geht es hier weiter. Meine Güte, heute ist aber auch was los. Insel Shopping, Insel Hopping, Insel Hopping, Parcours Universum. Wie funktioniert das Ganze? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben die Aufgabe ausgewählt, suchen uns jetzt natürlich hier unten noch wieder unter Insel Hopping, Parcours Universum aus. Öffentliches Match, denn ich weiß nicht, ob wir da jemanden brauchen, der uns da hilft oder nicht. Das sehen wir aber gleich. Also ich switch mal ganz kurz rein. Bis gleich. So, ich habe schon wieder meinen Sprachkanal, meinen Sprachchat ausgemacht. So sieht das Ganze hier aus. Ganz, ganz wild. Schalte Errungenschaften frei im Parcours Universum. Drei Stück müssen wir freischalten. Hall of Legends. Ich denke mal, es geht um diese Diamanten da oder so in irgendeiner Form. I don't know. Okay, lasst uns das mal ausprobieren. Splashy, Assemblies, Autumn Planes. So sind wahrscheinlich die Welten, oder? Ich habe es halt auch noch nicht gespielt, aber wir machen das Ganze mal jetzt zusammen. Wenn es zu lange dauert, dann kürze ich natürlich ab, schneide das ein bisschen. Ansonsten wird das ja die unendliche Geschichte. Also ich gehe jetzt erst mal davon aus, Parcours mäßig, dass wir halt hier irgendwo lang müssen. Habt ihr das schon ausprobiert? Zack, zack, zack. Alter, Alter. Das ist eigentlich, da bin ich auch ganz ehrlich zu euch, ist überhaupt nicht mein Ding. Also so jetzt hier. Achso, das war wahrscheinlich der erste Checkpoint, den wir jetzt hier geschafft haben. Ich kann das überhaupt nicht. Ah, diese ganzen Deathruns und so weiter, ne? Oh Gott. Flippe ich komplett aus. So, jetzt geht es hier runter. Zack, nicht zu weit. Oh, oh, da wäre es jetzt schon fast passiert. Habt ihr gesehen, ja? Boah, nee, kann ich nicht hoch, ey. Jetzt habe ich hier schon... Doch, jetzt hat es geklappt. XXX, spring, spring, spring. Ich spiele auch auf der Playstation. So, jetzt hier rüber, hier rüber und jetzt hier her. Complete Stage. Oh, Schaltererrungenschaften frei. Das war die Nummer 1. Okay, nice. Das hat gut funktioniert. Wie geht es jetzt weiter? Wo waren wir jetzt hier gerade drin? Autumn Stage Clears. Eins von zwei. Keine Ahnung. Komm, lasst uns einfach hier in den nächsten rein. Ich sehe allerdings immer noch ehrlicherweise nur zwei. Keine Ahnung. Oh, nee, Alter. So was hasse ich ja wie die Pest. So was hasse ich ja, ne? Keine Ahnung. Wie geht das jetzt hier? Leute. Okay, wohin? Keine Ahnung. Einfach nur keine Ahnung. Hier und dann vielleicht da drüben. Oh, 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 oh. Yes, so, okay. Ich weiß gar nicht. Also hier gibt es so viel möglich an. Ist das auch der richtige Weg? I don't know. Okay, jetzt nehme ich gleich mal hier den Checkpoint. Okay, habe ich geschafft. So, und jetzt? Was soll ich jetzt hier machen? Dagegen laufen oder was? Oh, hammergeil. Zum Glück habe ich gerade noch den Checkpoint genommen. Hat sich ins Knie geschossen. Also geht nicht. Ach nee, hier geht ja noch mehr. Leute. Ich habe doch wieder hier nur die Hälfte gesehen. Dong. Oh, oh, oh. Wo bin ich jetzt hier? Alter. Stopp, sagt er. Okay, also hier muss ich anhalten. Ich sage es noch. Ich sage es noch so. So, und jetzt hierher. Ah, hier, schaut mal. Da unten sehe ich doch schon die Kugel. Na super. Wie komme ich da jetzt runter? Gar nicht. Da habe ich doch das Ende schon gesehen, ey. Also, hier geht es rüber. Ich kann auch hier unten lang, oder? So, hinher, hinher. Okay, alles klar. Habe ich verstanden. Stopp, nicht weiter. Und jetzt kann ich mit dem da rüber. Ich versuche es mal. Oh nein, ey. Wie soll ich denn da reinkommen? Wie soll ich denn da rein? Es ist doch mal wieder hier unlösbar, Alter. Wer denkt sich das denn aus? Masochist. Gott, wer hat auf sowas denn Lust, Alter? Wer macht denn das freiwillig? Oh, Gottes Willen. Ey, wenn du hier oben bist, wie soll ich dann da runterkommen? Okay, vielleicht kann ich von hier noch irgendwie einen Move machen. Och, du Scheiße. Ne, da fängst du wieder von vorne an. Das macht gar keinen Sinn. Da springe ich lieber ins Wasser und bin hier nochmal. Also, Leute, ich versuche es nochmal. Ich habe es euch angekündigt. Ich kann es nicht so gut. Ich versuche es mal weiter. Na, wer sagt es denn? Ich musste es schneiden, Alter. Aber ich habe es geschafft. Zwei von drei. Ein Score habe ich dazu bekommen. Und wie geht es jetzt weiter? Was müssen wir jetzt hier machen? Hier haben wir noch einen. Corrupt Cassie Smelly Peaks. Smelly. Das hört sich doch nach einer Aufgabe an, die wir erreichen. So, Willkommen to Smelly's Peak. Was sollen wir jetzt hier machen? Ist das hier wieder so ein Parcours-Geschichte, ne? Also, ihr habt ja gesehen, da gab es ja jetzt mehr Auswahl als nur die, die ich hier genommen habe. Na, los, komm. Welche ihr da am Ende des Tages nehmt, ist auch egal. Bleibt euch ja überlassen. Oh, Gott, nein, Alter. Ach, nee, jetzt musst du wieder aufpassen. Ach, hier muss ich hoch, aber vielleicht muss ich das dieses... Na, komme ich da jetzt... Ah, verstehe. Okay, jetzt bin ich hier oben drauf. Und was ist das da drüben? Sieht nach Nägeln aus. Ich springe mal hier drauf und dann hier her. Dann hier drauf und dann dahin. Da hin. Gottes Willen. Cool gemacht, keine Frage. Ich kann es nur nicht. Yes, jetzt haben wir schon mal... Also, so Checkpoint ist ja mein Style, ne? Wenn ich den schon mal geschafft habe, das ist ja so Motivation hochziehen. Ah, ja, genau. Alles klar, verstehe. Da darf ich nicht rein. Leute, es ist doch wieder zu wild. Hier, guck mal, da einer ist vor mir. Oh, das war auch knapp, habt ihr gesehen? Boom. Den hat es auch weggehauen. So, so, so. So, so. Au. Alter, wie knapp soll man das denn bitte machen? Man muss doch da... Man muss sich doch da hochziehen, Alter. Komm, ich fange einfach mal vorher an. Yes, das hat geklappt. Jetzt bloß nicht in diese Turbine hier rein. Weil sonst bin ich weg. Oder Lüfter oder Ventilator oder wie das heißt. So, gucken wir mal an. Wo müssen wir jetzt hin? Hier hoch. Zack. Habe ich geschafft. Jetzt wieder aufpassen. Rot. Noch ein hoch. Jetzt bin ich hier. Alter, Alter. Was ist das jetzt hier, ey? Wildes. Was muss ich jetzt hier machen? Also, aha, okay. Damit komme ich wohin? Gar keine Idee. Boah, das war knapp. Das war knapp. Habt ihr gesehen. Achso, ich muss da rüber. Jetzt muss ich wahrscheinlich warten, wie es mal bisher angeht. Und bin dann hier rüber. Genauso sieht es nämlich aus. Rot, grün, rot, grün. Und ich muss da hoch. Okay. Kann das sein? Ja, komm. Mach. Aha. Und jetzt? Was habe ich jetzt gekonnt? Ist das hier eine Leiter oder was? Ne, jetzt habe ich aber reingeschissen hier. Von hier aus komme ich doch da niemals hoch. Ne, hast du keine Chance. Ich glaube, ich habe den Einsatz schon verpasst. Ich starte nochmal. Sozusagen. Muss ich jetzt am Checkpoint neu starten? Oder wo starte ich jetzt neu? Herr Gott nochmal. Ach Gott. Hier starte ich jetzt neu. Okay, alles klar. Ich habe es verstanden. Ich spüre mal ein bisschen vor. Müsst ihr nicht abwarten. Also, bis gleich. So, Leute. Da haben wir es noch geschafft. Nach 38 Minuten und 59 Versuchen. So nach dem Motto. Also, hier kommst du dann an und sammelst wieder das Nächste. Und jetzt haben wir das ganze Parcours-Universum abgeschlossen. Wir haben drei Parcours überstanden. Ihr könnt euch austoben. Wenn ihr Bock habt, hier mehr zu machen, dann macht das ruhig. Ich an dieser Stelle. Ihr seht ja grüner Haken. Das musst du halt schaffen. Es geht nach Geschwindigkeit. Oder dass du es überhaupt schaffst. Aber bevor ich hier nach Geschwindigkeit spiele, ist überhaupt schaffen schon mal krass für mich. Also, insofern. Das Ganze hat funktioniert. Wir gehen aus der Map mal ganz kurz raus. Und schauen, ob das auch hier in der Übersicht gezählt hat. Aber ich bin da optimistisch. Weil da kam gerade nochmal so ein Banner, so ein Einspieler. Hat funktioniert. Oh, den haben wir auch noch geklickt. Auch noch nice. Aber zack, zack, zack. Lass mich Insel-Hopping nochmal schauen. Ja, hat funktioniert. Wir haben jetzt nur noch einen über. Und den gucken wir uns als nächstes an. Also, bis gleich.